Die Barrowholm-Mine Die Barrowholm-Mine Die Barrowholm-Mine Na kommt schon Stellt euch mir alle schön entgegen Ah, da Links oben ist irgendwas Ach, das sind die Grubenkriecher für die Queste von Barrowholm Oh Diese Sachen werden eingesammelt Hier ist irgendeiner Storm irgendwas Aber er ist auch schon tot Geisterklingen Ach, da sind die Grubenkriecher hier schon dabei Aha Was sind denn die Grubenkriecher? Das sind ja ganz viele Krabben Und da sind aber nur wenige Grubenkriecher dazwischen Stachelpanzer ist kein Grubenkriecher Soweit so nachvollziehbar Hier gibt es erstmal ein bisschen Lebensessenz Und ein Helden-Ei Nichts drin Achso, ich könnte Punkte verteilen Wenn ich mal gerade einen Moment Ruhe habe Ich habe einen Punkt durch den Level-Up Ne, zwei habe ich übrig Warum denn schon wieder zwei? Ach, was weiß ich Die gehen weiter in die Schattenklinge Weil ich ja hinten auf euer Anraten Hin mal Einbruch der Nacht ausprobieren möchte Also Zack, zack Zwei Punkte auf die Schattenklinge Klassenpunkte Und dann habe ich halt jetzt im Wesentlichen Ein bisschen mehr Konstitution und Geist und Lebenspunkte Und so weiter Nichts Wirklich extrem Interessantes gerade Da sind zwei Grubenkriecher dazwischen Kommt mal alle her Dann erwische ich mehr Drei von sechs Vier von sechs Oh, der Dick ist auch schon weg Und da pfeift es in der Miene Okay Grubenkriecher Was soll ich noch haben? Ein Chill-Pinzer Das soll ich auch noch finden Genau Der kann ja sonst wo sein Das muss ein dickes Ding sein Wahrscheinlich ein Boss-Monster, oder? Ich glaube, diese Kopfgeld-Questen der Fraktionen Wenn man da eine besondere Wesenheit killen soll Dann Sind das immer Boss-Monster Und nicht Held-Monster Held-Monster sind komplett Random, glaube ich Zufällig In ihrem Erscheinen Und nicht Gegenstand von irgendwelchen Questen Soweit ich das verstanden habe bisher Wo seid denn hier alle? Komm doch mal hoch hier Diese kleinen Mini-Krabben, die ja entstehen Nach einer gewissen Zeit Dann platzen die auch von alleine Ich weiß nicht, warum sie das tun Ich habe den Sinn dieser Gegner noch nicht verstanden Was die Böses tun Weil eigentlich rett man eigentlich nur von ihnen weg Und Wenn man Bock hat, dann erledigt man sie Und wenn nicht, dann sind die von alleine auch irgendwann platt Vielleicht machen die ja was ganz Fieses Wenn man wirklich im Nahkampf mit denen sich beschäftigen muss Aber bisher wäre mir das nicht so wirklich klar geworden Was das Böses sein sollte Und ihr seht Ich freue mich immer mehr mit den Geisterklingeln an Heißen die so? Ach, Klingeln fallen, scheiße Ah ja, ihr wisst, was ich meine Schrott Dynamit finden wäre ja gar nicht schlecht Das ist eine alte Mine Das könnte theoretisch so sein Aber bisher nicht der Fall Ja, komm, spuck du noch Zack Ja, es ist groß Ich bin nicht in jedem Winkel gewesen Ich gehe im Moment ziemlich unsystematisch vor Sieht mir gar nicht ähnlich, ich weiß Trotzdem habe ich natürlich als guter und mittlerweile Ein klitzekreides bisschen erfahrener Grimlorn-Spieler Immer ein Stängchen Dynamit im Gepäck Für genau solche Dinge Plop, 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 plop Schön, Bauplan, Relikt, Folter, das klingt gut Und ein ätherisches Szent schreiben Auweia Ich habe übrigens Texte noch zu lesen Ach, was soll ich denn das alles machen Bauplan, Relikt, Folter Mal kurz schauen Das ist ein hervorragendes Relikt Das ist also Glaube ich die Stufe über dem, was ich habe Mächtig und danach kommt hervorragend Glaube ich Ja, weil das braucht Spielerstufe 35 Das, was ich gerade trage, nur 25 Also, Relikt der Folter Lebenskraftschaden, das ist doof Gewährt Folter auf 25% die Chance, wenn du getroffen wirst Das macht Lebenskraftschaden Das ist nicht das, wo bei mir der Fokus drauf liegt Das kann ich eigentlich vergessen Ach so, ein ätherisches Sentschreiben ist kein Text Das ist ein, also schon ein Text, aber keiner, den man lesen kann Arcane Texte, die durch ätherische Energien verzaubert wurden Wahrscheinlich werden sie verwendet, um Informationen zu übermitteln Die versterbliche Augen zu heikel sind Aha Das ist also auch nur eine Komponente Ach, die Bandschale weg Versenkende Glut Ach, hier legt doch die da mit Mina gleich die da mit Und Gamaschen des Daxes So Hier, oh Haha Na komm schon Geheimversteck-Alarm Ich finde in der Barrelholm-Mine ein Geheimversteck Und zwar da oben Und da drin ist eine wunderschöne verzierte Truhe Noch ist sie voller Gedöns Gleich ist sie leer Blub, 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 blub Ah ja Grüner Kram Ist okay Und mit gelber Hut Aber wer trägt schon gelbe Hüte? Außer der Königin von England Ab und zu Donk Guck Ähm Eher hier so lang Die gelben Sterne sind da hinten Na? Mein Dickerchen Geschädigter Panzer Ähm Ah, das war zu weit Scheiße, scheiße, scheiße Das war zu weit Für die Klingenfalle Aber die Komischen Frostkrabben Hier die Oh, das ist vielleicht Der Chillpinscher hier Die eignen sich ziemlich gut Für diese Klingen fallen Weil sie langsam sind Und häufig Impulg auftreten Lebensessenz Ja, damit Das ist Chillpinscher Nein, Chillpinscher ist ein Heldenmonster Kein Bossmonster Ich muss mich komplett korrigieren Mal wieder Wie üblich Ich glaube von Grimdorn Doch sehr viel weniger Ahnung Als ich glaube Und hoffe Bumm Weg ist er Und ihr da Hört mal auf Echsenzirkel Uckdenburg findet das toll Jetzt schon Obwohl ich noch gar nicht Bericht erstattet habe Heldenei Warum gibt es denn eigentlich Heldenmonster und Bossmonster Was ist jetzt der Unterschied Die Bossmonster sind um einiges Härter als Heldenmonster Ja Ist das Das einzige Kriterium Warum es halt beide Arten gibt Habe ich jetzt schon die Chillpinscher habe ich gemacht Minenschädlinge habe ich auch gemacht Okay Naja trotzdem Ich gehe mal hier weiter Ich bin mir zwar ziemlich sicher Dass mich eine Barrowholm Kopfgeldqueste Und auch Vielleicht noch eine weitere Buckelbock Kopfgeldqueste Hier nochmal reinführen werden Aber Dann kann ich es auch nicht ändern Muss ich halt noch mehr Ja Nochmal hierher Italien Schutz Ah Wer lebt denn hier noch von euch Ist ja gar nichts zu erkennen So Hier habe ich jetzt noch gar nicht so richtig Nach irgendwelchen Geheimen Verstecken Gesucht Was kann ich vielleicht gleich nochmal machen Wenn ich hier einmal komplett durch bin Das überspringe ich dann aber im Video Dann gehe ich nochmal in jeden Winkel Und schaue Ob es da noch irgendwo was gibt Weil hier kann Überall mal so eine Kleine Och Mensch Komm schon Ist doch so ideal Ja genau Wir haben so eine kleine Seitenhöhne Sein Wo es was zu holen gibt Und die nicht auf der Karte ist Praetorianischer Brustschutz Das gehört doch zum Praetorianer dazu Das habe ich schon Also die Das ist die Einzige Nein Das einzige Rüstungsset Das ich bisher Bersammen habe glaube ich Komplett habe Jawohl Das hier wäre so ein Punkt Da denkt man Man kann doch hier reinlaufen Kann man aber nicht Das gilt jetzt nochmal Intensiv auszukundschaften Aber erstmal Allgemein Wir hier Gehör verschaffen Unter Kappen Und die zappelt noch Das ist ja widerlich Oh Wer bist du Oh Das ist ein Bossmonster Scheiße Ja wegen dem Muss ich garantiert nochmal Hierher Wer kann denn ahnen Dass hier so ein Vieh sich plötzlich raus Gräbt Und nach mir schießt Hilft die Bus Danke Ektoplasma Das war eine Geisterkrabbe Oder ein Krabbengeist Oh hier ist Ach das ist dieses Oh 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 Hallo Lange nichts Liederhannes mehr gefunden Oleronsketten Das war das Boss Ei In jedem siebten Ei Ist was Legendäres Oder wie heißt das Heißt das legendär Selten Episch Legendär Ja So Wo ist es denn Da Das ist leider ein Zauberbuch Scheiße Eine Sammlung an Gedichten Und religiösen Texten Die für Bestattungsrituale Vorgesehen sind Ja wenn man doch nur Eine Nekromanten Spielen würde Plus zwei auf Herzsucher Und plus zwei auf Neterschneide Die Tatsache Die Tatsache dass das Hellbraun dargestellt ist Heißt Dass ich es theoretisch Haben könnte Also unten die Anforderung Geisterforderlich 575 Das macht das ganze Ding schon Komplett Lächerlich Das werde ich Nie benutzen Aber das wäre ein guter Kandidat Weil ich das nun wirklich Niemals benutzen werde In keinem Fall Das wäre ein guter Kandidat Das mal bei Darling Darlet Zu zerdreschen Das müsste doch auch gehen Oder Ich kann doch bestimmt Auch legendäre Sachen Zerhauen Und dann würde ich gerne mal wissen Was da überhaupt rauskommt Habe ich nämlich keine Idee zu Was da passiert Wenn man sowas kaputt macht Habe ich noch nie gemacht Es gibt vielleicht sogar Eine Errungenschaft Von wegen Dekadenz Zerstöre ein legendäres Item Oder so ähnlich So hier ist jetzt irgendwie Der Rückweg schon angesagt Das war der Höhlenbereich Ja unten ist der Minenbereich Ich glaube ja fast Dass ich jetzt in Beinahe jeder Höhle gewesen bin So 2, 3 Abzweigen Sind noch so ein bisschen Schattig auf der Karte Da kann ich noch mal hinschauen Noch mal hinjuseln Hier so die Ecke Ah Das ist ja hier das nächste Geheimversteck Hallo Da ist es Eine Grotte mit einem Ertrunkenen Versteckte Überreste Grüne Sachen Ganz viele Gut Raus Ja gut Es gab jetzt hier Zwei Geheimverstecke Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit Dass es in dem Relativ kleinen Bereich Noch ein drittes gibt Das ist jetzt nicht so Wahnsinnig hoch Aber man weiß ja nie Ähm Hier der Gang Wäre noch interessant Da muss ich aber ganz woanders lang Hier ist das nämlich eingestürzt Aha Hier muss ich oben rum Oh hier ist Achso das ist No Gedöns Da Und jetzt hier unten lang Ach da oben sind auch noch Kisten Und so Naja gut Da war ich schon Hier Steppt noch der Bär Oh die waren aber Stachlich Eine Schmiede Ist hier Das bringt mich alles Nicht weiter Und hier oben ist der Ausgang Liebe Quirlinge Ich werde jetzt noch mal Hier in jede Ecke Reingucken Ob es nicht doch noch Ein drittes Geheimversteck hier gäbe In der Barrowholm Mine Außerdem werde ich dann noch mal Hier diese Karte ablichten Für meine diversen Guides Auf Steam Und das alles werde ich Überspringen Und dann geht es für euch Im Video gleich Hier an dieser Stelle Weiter So da wäre ich wieder Ich habe nichts besonderes Mehr gefunden Geh mal raus Oder beziehungsweise Ich muss ja eine Quäste abgeben In Barrowholm Und eine in Uchtenburg Erstmal Barrowholm Die ist hier irgendwo gewesen Glaube ich Bei dem Typen Der so unfreundlich war War das glaube ich der Fall Mal schauen Was der so als Belohnung springen lässt Außer einem Ganz massiven Dummen Spruch Natürlich Da ist er Stern auf der Karte Tywald Durchsetzen Es ist nicht ganz einfache So viel Schrott In einem Sumpf Aufzutreiben Da gebe ich ihm sogar recht Danke So das war hier erstmal alles Da ich aber gerade hier Nicht so wahnsinnig viel Quäste Geht es gleich mal Weiter Richtung Uchtenburg Zum Zechsenhirkel Und da hatte ich Eine Kopfgeldkäste abzugeben Vollig Richtig Und die ist wo? Hier Ne Ach scheiße Wo sind die Ach hier vorne Da komm schon her Trinkilein Geh bitte an diesen Tisch ran Das kann nicht dein Ernst sein So Erschalt der Bericht Kopfgeld Schildpinscher Pinzer abgeschlossen 1200 Eisen Ruf Der Hexenzirkel von Uchtenburg Und so weiter Verbündeter Kopfgeld Habe ich noch eins Wie es scheint Ist vor der ketonischen Verderbnis Nichts sicher Ein uralter Mantikor Namens Ragaroth Ist das jüngste Opfer Der ketonischen Verderbnis Und eine große Bedrohung Für das Gleichgewicht In Uchtenburg Findet die Kreatur Im uralten Hain Und töte sie Ach das ist uralter Hain Das will ich jetzt eigentlich nicht machen Nächstes Kopfgeld Hast du noch ein anderes? Die gefräßigen Pflanzen Von Uchtenburg Gebuchern unkontrolliert Hilft dem Hexenzirkel dabei Das Gleichgewicht Wiederherzustellen Indem du die giftigen Blüten zerstörst Als Entschädigung Für diese Aufgabe Hatte Hexenzirkel Eizstücke Genau Was soll ich machen? Ich soll giftige Blüten zerstören Ich bin mir nicht sicher Ob ich überhaupt noch so viele habe In Uchtenburg Ich habe schon ja Ganz viel weggeholzt Ich mache mich trotzdem Mal auf die Suche Und guck mal Wie weit das trägt So liebe Quirling Ich bin in einer neuen Aufnahmesession Beziehungsweise in einer neuen Spielsession Einfach nur Weil das mit den Blumen Dann doch nicht mehr gereicht hat Aber hier ist noch eine Fünfte Man speit fröhlich vor sich hin Fünf von fünf Jawohl Oh Was ist denn hier los? Ähm Komm schon Ich komme gar nicht raus hier Ist hier Ruhe? Nein Und der Dicke latscht auch noch Unkontrolliert durch die Gegend Ach hier Brennende Blume Giftklauenöl So Und das war's Gleich zurück zum Hexenzirkel Und Bescheid gegeben Am Kopfgeldtisch Jetzt habe ich auch wieder neue Kopfgeldquesten Weil ich ja in einer neuen Session bin Äh Eisen und Ruf Noch was Der ätherische Namens Krognot Behindert die Rekrutierungsbemühungen Des Hexenzirkels in Malmoth Finde Krognot im Kerzenviertel Malmoth Das kann ich jetzt nicht machen Nächstes Kopfgeld Der Hexenzirkel ist auf der Suche nach einem ungewöhnlichen Relikt Das ihm bei seinen Ritualen helfen soll Die Mistborn-Trolle Die Mistborn-Trolle in den Brogenhills Sind Meister in der Herstellung des Mistborn-Talesmanns Den ihre Schamanen benutzen Um Magie auszuüben Der Hexenzirkel möchte für seine eigenen Verwendungszwecke Seine Magie untersuchen Als Entschädigung überlässt der Hexenzirkel etwas vom Blut getont Das er gesammelt hat Das ist offenbar Mistborn-Trolle in den Brogenhills Die sind ja am anderen Ende der Welt Kopfgeld annehmen Kopfgeld Mistborn-Talesmann Stellt das Relikt Mistborn-Talesmann her So liebe Gewierlinge Da bin ich gerade mal rübergesprungen in den Schmucknerpass Denn die Queste die ich gerade angenommen habe Die Kopfgeldkresse vom Hexenzirkel in Uckdenburg Die ist ein bisschen tricky Ich habe da nämlich festgestellt, dass ich die gar nicht erfüllen kann Denn man muss ein Relikt bauen Talisman der Mistborn Oder auch Mistborn-Talesmann Und dazu hatte ich noch gar nicht das Rezept Und da musste ich erstmal recherchieren Wo es das Rezept überhaupt gibt Das gibt es nämlich nicht zu kaufen Das muss man sich erfarmen Und zwar kann man sich das erfarmen im Schmucklerpass Bei dem dicken Troll Wolldrack Der irgendwas Das ist dieser Troll Der ein Bossmonster ist Da ganz oben Im Schmucklerpass Und ja Jetzt ist es mir gerade gelungen Ich habe das jetzt hier 5-6 Mal probieren müssen Dann habe ich das jetzt hier gefunden Das geht also Ist nicht so schlimm Bauplan Relikt Talisman der Mistborn Finde ich Und ein bisschen anderen Krempel Das grüne Zeug lasse ich liegen Und dann geht es gleich mal zurück Nach Devil's Crossing Zum Basteln Ich habe übrigens das hier noch gefunden Bei Wolldrack Beschriftete Armschienen Die habe ich dann doch mal eingepackt Weil Blau So Das kann ja gerade mal weg Dann Bauplan Relikt Talisman Der Mistborn Was macht er überhaupt Er macht physischen Schaden Konstitutionen Und Gift- und Säurewiderstand Ich brauche dafür Trollknochenzerquetscher Trollknochenzerquetscher Was ist das denn Beschädigte Klaue Erbeutete Rüstungswatte Und knochenkochendes Blut Ich habe erstaunlicherweise Einen Trollknochenzerquetscher Auch wenn ich gar nicht weiß Was das ist Hi Du sage mal Kannst du mir was basteln Das hier Ach Das ist was Was ich aus Versehen Eingesammelt habe Okay Verstehe Das ist jetzt aber Großer Zufall Ich habe mich mal Wohl bei den Vier, fünf Versuchen Die ich jetzt gemacht habe Dann wohl doch mal Irgendwann verklickt Eigentlich wollte ich Den grünen Kram Vom Kollegen Woltrak liegen lassen Aber irgendwie Ist wohl doch was In meinem Inventar gelandet Beim rumklicken Auf den Komponenten Und ja Ein Trollknochenzerquetscher Ist eine Trollwaffe Die kann man offenbar Auch im Schmugglerpass Farmen So Das ist aber schön Dann Komm Wieder das mal Zack Und dann ist der Questfortschritt Stell dir das Relikt her Sehr schön Wo ist denn das Relikt Das ist da Wie machst du denn aus So einer großen Keule Eigentlich so einen kleinen Zahn Das verstehe ich nicht Egal Dann Bug den Bug Und schnell mal Zum Kopfgeldtisch Erschattenbericht Bumm Schön Das gibt Erfahrung Einigen Ruf Gar nicht so wenig Und Ketonsblut Wenn man die Queste Farmen will Die Kopfgeldqueste Da muss man sich Immer diesen Komischen Diese komische Trollkeule Erstmal besorgen Das ist nicht so einfach Ja Ketonsblut So Damit Ist hier mal Schluss Weitere Kopfgeldquesten Gibt es dann erst In der nächsten Episode Das Einzige Was ich jetzt noch Mache Das ist wie angekündigt Mal kurz Bei Darling Darlet Dieses Lila Buch Zu zerquetschen Zu zertrimmern Zu zerlegen Das Laudig Natürlich auch Eigentlich gleich alles Komm Demontage Schrott Feuerstein Kernbolzen Das hier habe ich gesagt Ach nee Das sammle ich Wegen Sammlung Genau Hier ist nix Hier waren Diese komischen Dinger Schrott Und Runenstein Dieser Alle Arm Was Darling Darlet aus einem Vertrockneten Leichenarm Macht Das möchte ich gerne Mal wissen Sie sprengt ihn In die Luft Und findet In einem Arm Ja festhalten Sie findet In einem Arm Ein Herz Okay Nehme ich zur Kenntnis Und dann Das eigentlich Wichtige Wo ist es denn Ach das hier Ach das wollte ich ja Ne den Praetorianer Hab ich ja schon Hab ich gesagt Ich vertraue darauf Dass das stimmt Nochmal Äther Stahl Bolzen Das hier Ja man kann das In die Luft Sprengen Und was kriege ich Dafür Lediglich einmal Zaubergewebtes Scum Also War das jetzt Gerade Zufall Dass da sowas Kleines rauskam Oder lohnt sich Das wirklich nicht So lila Eine Sache In die Luft Zu jagen Scheint mir im Moment So zu sein Na gut Liebe Gewirlinge Damit ist das Episodchen Zu Ende Und weiter Mit ein paar Neuen Kopfgeld Questen In Ugdenburg Und Vielleicht auch Barrowholm Mal gucken Wo die mich Dann überall noch Hinführen Und vielleicht hier Bratosch Altar Und so Geht's dann Am Beginn Vom nächsten Teil Bis dahin Bis dahin